Ich habe heute 10 Verkehrszeichen für dich, deren Bedeutung du für die theoretische Prüfung auf jeden Fall wissen musst. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In dem Video zeige ich dir 10 originale Prüfungsfragen aus dem Bereich Verkehrszeichen. Diese Fragen bekommst du 2020 in der theoretischen Führerscheinprüfung gestellt und ich zeige dir, auf was du genau achten musst und welche Antworten natürlich richtig sind. Was gilt nach diesem Verkehrszeichen? Ich muss mit Schrittgeschwindigkeit fahren. Ich darf nur auf gekennzeichneten Flächen parken. Ich darf Fußgänger nicht behindern. Also dieses Verkehrszeichen bedeutet verkehrsberuhigter Bereich. Du kennst es wahrscheinlich unter dem Wort Spielstraße. Lass es dasselbe sein, es ist vollkommen egal. Du weißt auf jeden Fall bestimmt schon, dass du nicht schneller als Schrittgeschwindigkeit fahren darfst und dass du Fußgänger nicht behindern darfst. Aber wusstest du auch, dass man nur auf den gekennzeichneten Parkflächen parken darf? Ja, und das ist natürlich eine Antwort, die wird oft nicht angekreuzt, weil wenn du dieses Verkehrszeichen siehst, was soll das Ganze denn mit Parken zu tun haben? Aber dieses Verkehrszeichen verbietet dir einfach, in diesem Bereich zu parken. Es sei denn, es ist, wie gesagt, speziell mit diesen Parkflächen gekennzeichnet. Das musst du wissen und das wird sehr oft falsch beantwortet. Deswegen hier auch vier Fehlerpunkte. Also, wir haben hier eine Kraftfahrstraße. Das ist das Zeichen für die Kraftfahrstraße. Du hast bestimmt schon mal das Zeichen für die Autobahn gesehen. Sieht im Prinzip genauso aus, das Schild, nur dass kein Auto drauf zu sehen ist, sondern halt dieses A, beziehungsweise diese zwei Fahrstreifen und diese Brücke da drüber. Und natürlich ist es kein Verbotszeichen. Ein Verbotszeichen wäre ja rund und rot. Und das Ende der Autobahn ist es natürlich auch nicht. Dafür ist das Zeichen falsch. Und dementsprechend ist es das Ende der Kraftfahrstraße. Ende, weil es durchgestrichen ist. Und Kraftfahrstraße, das sagt dir dieses Autosymbol. Mit welchen Fahrzeugen dürfen Sie eine so gekennzeichnete Straße nicht befahren? Jetzt haben wir ein Verbotszeichen, rund und rot. PKW mit Wohnanhänger, Gesamtlänge des Zuges 11 Meter. Traktor mit Anhänger, Gesamtlänge des Zuges 12 Meter. LKW mit einer Länge von 9 Meter einschließlich Ladung. Also, tatsächlich ist hier die erste und die zweite Antwort richtig. Es ist zwar ein LKW, ein Lastkraftwagen auf dem Bild abgebildet, aber trotzdem Traktoren mit Anhänger und auch PKW mit Wohnanhänger, die einfach länger sind als diese angegebenen Länge, dürfen hier nicht durchfahren. Also, es hat dann weniger mit dem Symbol, mit diesem LKW-Symbol zu tun, als mit dieser Länge. Und da schaust du dir einfach mal hinten diese Zahlen an. Okay, also du siehst ja, die Gesamtlänge des Zuges 11 Meter. Aha, 11 ist länger als 10. Und auch hier, Gesamtlänge des Zuges 12 Meter. Aha, auch länger als 10. Und das sind die richtigen Antworten. Und die letzte Antwort wird auch sehr, sehr häufig angekreuzt, weil du siehst ja auf dem Bild den LKW. Und die einzigste Antwortmöglichkeit, die hier mit LKW zur Verfügung steht, ist halt eigentlich die falsche Antwort. Also, wie gesagt, achte hinten auf die Meterangabe und vergleich sie mit dem Verkehrszeichen. Dann bist du auf der sicheren Seite. Wie verhalten Sie sich auf einer Autobahn bei diesem Verkehrszeichen? Das ist ein Gefahrenzeichen. Alle Gefahrenzeichen sind rot, dreieckig mit der Spitze nach oben. Aufmerksamkeit erhöhen, vorsorglich Abstand vergrößern. Bei Stau abbremsen und Warnblinklicht einschalten. Bei Stau auf den Seitenstreifen wechseln und dort weiterfahren. Okay, also das ist natürlich ein Gefahrenzeichen, welches dir sagt, dass hier vermehrt mit Stau zu rechnen ist. Das kann verschiedene Ursachen haben, aber was du auf jeden Fall tun solltest, ist die Aufmerksamkeit erhöhen. Denn du musst damit rechnen, dass gleich vor dir Fahrzeuge bremsen und dementsprechend auch gleich den Abstand etwas vergrößern, damit du einfach mehr Spielraum hast. Dann zweite Antwortmöglichkeit, bei Stau abbremsen und das Warnblinklicht anschalten. Natürlich, das solltest du sowieso immer machen. Stell dir vor, du fährst auf der Autobahn mit 130 auf einmal vor dir ein Stau, der von hinten kommt mit 200 angeschossen. Da musst du dementsprechend ihn warnen und das machst du, indem du vorsichtig schon früh abbremst und das Warnblinklicht anschaltest, um ihn zu signalisieren, hey, pass auf, da ist ein Stau. Dritte Antwortmöglichkeit, bei Stau auf den Seitenstreifen wechseln und dort weiterfahren. Du fährst nicht auf den Seitenstreifen. Du musst, wenn, die Rettungsgasse bilden und die wird ja immer in der Mitte der Fahrbahn, also bei zwei Fahrstreifen in der Mitte gebildet oder bei drei Fahrstreifen zwischen dem linken und dem mittleren. Und auf keinen Fall auf dem Standstreifen oder Seitenstreifen fahren. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Also wieder ein Gefahrenzeichen mit einer Schneeflocke drauf. Auf Eisglätte. Auf Lawinen. Auf Schneeglätte. So, also auf eine Lawine, davor warnt dich dieses Verkehrszeichen nicht. Du kannst dir das vielleicht so merken, auf deinem Winterreifen ist ja auch diese Schneeflocke zu sehen und ein Winterreifen musst du aufziehen bei Schneeglätte und bei Eisglätte, nicht bei Lawinen. Worauf müssen sie sich bei diesem Verkehrszeichen einstellen? Okay, wieder ein Gefahrenzeichen, es warnt uns vor etwas. Auf Gegenlenken. Auf Flugbetrieb. Auf Seitenwind. Okay, also auch hier wieder Gegenlenken. Warum sollte man das ankreuzen? Diese Antwort ist richtig, das sage ich dir gleich. Aber wir fangen mal von hinten an. Also, auf Seitenwind. Dieses Verkehrszeichen sagt dir, Achtung, hier kann starker Seitenwind entstehen. Zum Beispiel auf Brücken. Brücken haben zum Beispiel links und rechts meistens keine Mauer. Und wenn du auf so eine Brücke kommst, dann bist du natürlich sehr anfällig für Seitenwind. Und wenn dich der Wind von der Seite erwischt, dann musst du unter Umständen gegenlenken, damit dich der Wind nicht wegdrückt. Okay, also das ergibt sich, dieses Gegenlenken ergibt sich einfach durch diesen Seitenwind. Das musst du wissen und das ist sehr wichtig. Flugbetrieb hat natürlich damit nichts zu tun. Ja, will dich vielleicht ein bisschen veräppeln, weil auf Landebahnen meistens auch so ein Windsack zu sehen ist. Aber das hat natürlich nichts damit zu tun. Du machst einen Autoführerschein und nicht irgendwie einen Flugschein oder so. Also, Achtung, blau und rund ist ein Gebotszeichen. Und sagt, du musst und in dem Fall musst du mindestens 60 kmh schnell fahren können, um auf diesen Fahrstreifen fahren zu dürfen oder auf dieser Straße. In dem Fall müssen sie mindestens 60 kmh fahren, sofern sie nicht aus Gründen der Verkehrssicherheit langsamer fahren müssen. Das ist richtig. Sie dürfen diese Straße nicht benutzen, wenn sie nicht mindestens 60 kmh schnell fahren können oder dürfen. Das ist auch richtig. Meistens findet man sowas auf Autobahnen, vielleicht wenn es bergauf geht und dein Fahrzeug ist vielleicht schwer beladen und du schaffst einfach diese, gut 60 ist es wahrscheinlich für uns eher weniger Problem. Aber für große LKWs zum Beispiel, die dann beladen sind, die schaffen es vielleicht nicht bergauf so schnell zu fahren, wie hier angegeben. Und dann dürfen sie zum Beispiel den mittleren oder linken Fahrstreifen gar nicht befahren. Also, das ist einfach ein Gebotszeichen. Hier haben wir noch ein Gebotszeichen. In welche Richtungen dürfen sie weiterfahren? Okay, ganz easy, oder? Geradeaus und rechts. Wenn der Prüfer zu dir sagt, biegen sie die nächstmögliche, sagt er meistens, biegen sie die nächstmögliche Straße links ab, dann weißt du schon mal, ah, okay, an dieser Kreuzung darf ich nicht links abbiegen. Und damit meint er dann natürlich die darauffolgende Kreuzung. Und da sagt er dann meistens immer so, ja, nächstmögliche. Und dann müssten bei dir schon die sämtlichen Alarmglocken läuten, nicht, dass du dich dann bereit machst, da reinzufahren. Dann ist natürlich die Prüfung vorbei. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Auf das Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs. Auf das Ende eines Spielplatzes. Auf das Ende eines Fußgängerbereichs. So, haben wir ja schon ganz am Anfang gesagt, das ist ein verkehrsberuhigter Bereich. Und wenn hier dieser rote Balken durchgeht, dann kennzeichnet es dir natürlich das Ende des verkehrsberuhigten Bereichs. Achtung, das gehört jetzt nicht zu dieser Frage, aber es gibt eine andere Frage, auch zu diesem Verkehrszeichen. Und zwar, wenn du an diesem Verkehrszeichen vorbeifährst, also wenn du aus diesem verkehrsberuhigten Bereich rausfährst, dann hast du keine Vorfahrt. Also da gilt diese Vorfahrtsregel rechts vor links nicht. Das bedeutet, du musst warten und alle anderen dürfen zuerst fahren. Achtung, rund und blau ist wieder ein Geburtszeichen. Und sagt dir, dass es ein Reitweg ist und dass Reiter diesen Weg benutzen müssen. Zudem sagt es dir natürlich auch, dass keine anderen Verkehrsteilnehmer diesen Weg benutzen dürfen. Also es ist ausschließlich nur für Reiter. Dieses gleiche Verkehrszeichen, also dieses runde blaue, gibt es auch nochmal mit einem Bus-Symbol darauf. Und wenn du in deiner praktischen Prüfung da reinfährst, dann ist die Prüfung natürlich sofort vorbei, denn da dürfen nur Busse reinfahren. Das musst du wissen. Lass doch dem Video noch einen Daumen nach oben da, wenn es dir geholfen hat. Abonnier den Kanal, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Falls du noch weitere Hilfe für deine theoretische Prüfung benötigst, verlinke ich dir unten noch meinen Videokurs. Da zeige ich dir dann alle Fragen, die in der theoretischen Prüfung drankommen. Zudem zeige ich dir natürlich, auf was du achten musst bei den Fragen und die Fehler, die 40% der Leute machen, dass sie die Prüfung auf Anhieb nicht bestehen. Damit dir so etwas nicht passiert, schau doch einfach mal rein. Und wir sehen uns dann im nächsten Video am Donnerstag wieder. Bis dann.